So, wie war das nochmal hier mit der ganzen Geschichte? So, ich habe übrigens keine Pause gemacht, ich habe direkt wieder hier weiter aufgenommen. Mir ist eingefallen, dass wenn ich hier eine Treppe irgendwann baue, dann kann der ruhig die Treppe hier in die Luft jagen. Dann fallen sie halt hier unten auf die andere Treppe. Oh, ich habe gedrückt, aber... Hallo? Wolltest du bitte? Wollte nicht. Nee, jetzt habe ich hier... Ich habe hier eine Ecke, da... Ah, ich habe immer noch die Ecke. Siehste, da ist ein Pixel. Na also. So ist doch besser, oder? Durch. Das ist manchmal zum Mäuse melken. Gut. Geht nicht ganz auf, ne? Oder? Kommst du da drüber? Naja, er jetzt nicht, aber die nächsten. Richtig? Genau. Gut. Sehr schön. Muss ich hier nicht im Zickzack bauen, weißt du? Wollte ich mal sicherheitshalber noch ein paar Pixel dazu. Ähm, und dann... Oh, da bin ich jetzt auf die Pause gedrückt, versehentlich. Das war nicht der Plan. Ich wollte dem einen Schirm geben. Ich weiß nicht, ob die hier sterben. Kann sein. Aber deswegen werde ich sie abfangen. Mit dieser Treppe. Und werde mich dann hier ganz normal durchboxen. Ist, glaube ich, einfacher als hier. Wenn er sich am Kopf stößt, dann... ...haben wir mal ein Problemchen. Mit dem Arbeitsschutz und so. Gut, gut. Muss ich noch ein bisschen üben hier mit dem... ...mit den F-Tasten. Das, das, das... Hä? Da war doch irgendwas komisch. Warum macht er manchmal nicht, wenn ich klicke? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, meine Maus ist tippitoppi, aber... Nein! Mit den F-Tasten. Ich weiß nicht, ich bin zu doof dafür. Also, es ist... ...echt ganz fürchterlich. Was mache ich denn jetzt, lieber Zuschauer? Das ist doch kacke. Das reicht doch schon fast. Ich mache es mal so. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verloren. Wahrscheinlich schon, oder? Ach, ist doch zum Kotzen, ey. Ich habe auch nicht bedacht, dass wir hier nicht hochkommen. Hö, hö. Äh, mache ich jetzt weiter? Höre ich jetzt auf? Ist doch zum Kotzen. Äh. Ah, schön symmetrisch. Ach, Menuh, das war jetzt echt doof. Ach, Mann. Ich verklick mich bei dem Spiel so oft, ich weiß nicht warum. Das ist doch irgendwas komisch. Ich meine, klar, die, die Mausführung ist irgendwie komisch. Ich habe richtig das Gefühl, die hat irgendwie Leck drin und so, aber... Hm, naja. Vielleicht bin ich wirklich nur zu doof. Kommst du hier durch? Müsste reichen, ne? Na, dann gucken wir mal. Hier könnte ich einfach einer durchgraben. Ach, damit habe ich nicht gerechnet. Nö. Äh. Einheit verloren. Einsatz fehlgeschlagen. Na klar. Ich bin so doof, ey. Ach, Mann. Das ist hier echt verhext. Die ganze Folge ist verhext, lieber Zuschauer. Könnt ihr es hier schön vergessen, Leute. Hier kommt keiner ins Ziel. Ach, Mann. Es hätte echt so einfach sein können. Naja. So viel dazu, nicht wahr? Schön am Versagen. Der lief ja so gut. Die ganze hier, ne? Das war echt supi. Und der Rest, da war alles ganz große Kacki. Na klar. Na klar. Das läuft alles. Ich mach das gleich alles ganz anders. Klar, nochmal rückwärts boxen, nichts mitnehmen. Schon klar, du Sau. Ist doch nicht wahr. Komm schon. Das machst du doch mit Absicht hier. Guck dir das doch mal an. Was soll denn das? Ich mach das jetzt ganz anders hier. Die muss ich bis zu Ende bauen. So ist da wieder ein Pixel drin, weißt du, den die anderen Lemminge nicht mögen. Reicht nicht ganz, ne? Ich glaube, es ist ja auch ein Pixel zu wenig oder zwei. Damit er drüber gehen würde. Aber schon okay. Ich baue mich jetzt direkt bis hier hoch. Da muss ich jetzt nicht mal mein Werkzeug wechseln, weißt du. Das ist ja schon okay. Dann mach ich hier wieder ein Zickzack. So wie hier. Wunderschönstens. Also bin ich relativ früh safe. Und zwar ab jetzt. Kann nichts mehr passieren. Hier ist dicht gebaut. Ist ein schöner Boden reingezimmert. Selbst wenn ich hier zu doof bin zum Klicken. Da fällt er halt hier unten hin. Alles okay. Kann echt nicht wahr sein. Ist was los? Das sieht doch sehr gut aus, oder? Ich lasse die jetzt nicht frei. Die können schön da bleiben, wo sie sind. So lange, bis der hier im Ziel ist. Schauen wir mal, wie schön das aufgeht. Die Endpick, glaube ich, kann ich noch wegnehmen, aber war nicht. So. So, lieber Zuschauer. Der Stefan hat es auch mal geschafft. Ist halt nicht so einfach, ne? Hm? Seit wann... Hä? Ich habe gedacht, das ist unzerstörbar. Hm. Jetzt bin ich aber überrascht. Vielleicht hat es noch einen unzerstörbaren Kern, den ich nicht so richtig sehen kann. Splonk! Geht doch! Kacklevel. Kackspiel. Menacing! Oh, ach ja! Ähm... Das ist irgendwie... Zack. Zack. Ist ein Spiel von einem der Entwicklern. Das hieß, glaube ich, Menace. Hieß doch direkt Menace. Wir hatten schon mal ein Level gehabt. Da ging es um, äh... Um... Wie hieß das andere Spiel? Scheiße, selbst eine Videobeschreibung geschrieben gehabt. Weil ich den, äh... Die Referenz nicht gecheckt hatte. Die Einspielung. Ich glaube, das Spiel heißt Menace. Und dass es dann hier geht. Deswegen sieht das auch so sehr anders aus als die anderen Level. Nein! Nein, dreh nicht rum! Oh, ah! Komm, genau. Am Kopf stoßen. Fertig. Ja, perfekt. Dann bau mal. Völlig komische Musik, oder? Klingt seltsam. Und das ganze Blut ist natürlich überhaupt nicht übertrieben, ne? Ich höre den Senk-Klick-Geräusch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob da einfach die Musik drüber liegt und mich da irritiert, aber... Das macht es nicht einfach. Wie geht das mit der Falle höher? Gerade so, ne? Ich will da links anfangen. Ja, muss ich mal gucken, was das für ein Spiel war. Wie hieß denn das andere Spiel von der Referenz, die ich nicht gecheckt hatte? Ach, Mann. Da sah vor allem, ähm... Die Farbpalette sah total anders aus. Hier sieht sie noch relativ normal aus. Ich schiede gerade hier scharf. Und gucke hier gerade. Ich habe wieder mein Geodreieck vergessen. Hätte ich mal anlegen können, ob das hier geht. Oh, das sieht gut aus. Gut, gut. Ich kann die Horta schon auf der Midimap sehen. Ja. Läuft. Läuft. Und bei euch alles klar? Ja. Da kommt sie an. Mal gucken, ob sie hier durchpassen. Unser einer Living hätte durchgepasst. Jo. Geht gerade so. Vollgas, Jungs. Wuppwupp. Na, fein. Schön, dass der eigentlich hinterher hier mal umgedreht ist, ne? Unser Wegbereiter. Da hatte ich Glück, dass der schnell genug war. Fein, 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 fein. So mag ich das. Ozonfreundliche Lemminge. Mhm. Ich muss sechs dieser Lemminge. Da ist doch irgendwas, ne? Da stimmt doch was nicht. Ach so, hier. Ah. Hm. Ich habe erst gedacht, hier gibt es Fallen. Ich habe echt übelst hingeguckt, ob ich nicht irgendwas sehe. Und dachte, das ist okay, ich hier vielleicht hinten durchboxen und irgendwas. Ja. Aber man muss sich ja gut timen mit den Dings. Auch gemeint, dass sie hier extra fünf gegeben haben, obwohl man nur vier benutzen darf. War der Programmier-Auphäre auch besonders clever. Die Sau. Juffli, juffli. Keine Ahnung. Ich habe mal wieder nicht geschaut, wie viel wir hätten benutzen dürfen. Aber es macht ja nichts. Äh. Am besten bin ich dann, wenn ich mich hier erstmal durchspreng, oder? Das passt. Ah, fast perfekt. Mann. Der Erste muss halt gut sitzen. Weil da habe ich das ganze Problem nicht mehr. Tja, aber Freunde, habt ihr jetzt Pech? Ja, kann ich mich nämlich hier durchboxen? Und kann mich dann hier wahrscheinlich wirklich durchminen? Das könnte fast genau hinkommen. Ansonsten bringt es ja nichts, ne? Ah ja, schön. Hm-hm. Läuft. Ja, du noch. Ja, danke. So. La, la, la. Ja, der Erste muss sitzen hier. Muss dann gucken. Fast perfekt. Und der Nächste müsste noch ein kleines bisschen nach rechts versetzt sein, ne? Ach, Mann. Ja, wenn er die vier oben wieder draufgegangen wäre, ne? Das ist echt ein bisschen gemein. Das belege ich gerade. Unser letzter, der ist ein bisschen... Ja, ein bisschen zu spät gezündet, ne? Ich glaube, da müssen wir zweimal genau sprengen, kann das sein? Dafür würde ich theoretisch nur zwei bräuchten. Hättet ruhig noch ein Pixel gehen können. Ja, wenn ich ja der hier hier oben ist, ne? Das wäre schön. Ach, Mann. Ja, es wird nichts mehr. Wohl. Äh, warte mal ganz kurz. Moment mal. Ich bin einfach nur doof. Das ist das Problem, lieber Zuschauer. Wie so oft. Da zeichnet sich ein Muster ab in meinem Leben. Ich muss das Ding nicht in die Luft jagen, hier in den Balken. Ich muss nur tief genug kommen, damit ich mich einmal durchboxen kann. Und fertig. Na, Schäne. Ja, wie gesagt, theoretisch kann es sein, dass ich mich hier durchhacken kann, wenn ich hier so eine Linie hier treffe. Muss ich mal schauen. Natürlich. Ah, ist auch egal wo, ne? Eins, zwei... Drei... Vier... Er hat gefehlt. Oh, der ist, glaube ich, zu weit rechts schon, ne? Hö, Hö. Hö, so. Ja, jede Explosion macht hier eine Linie kaputt. Ich glaube, eine habe ich auch ein bisschen schlecht getimt, aber... Kann ich jetzt nicht ändern. Ich glaube, das ist schon ungefähr so gedacht gewesen. Wie sie oft hier auf dem Spielplatz rumklettern. Auf dem Ding. Sprong, 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 sprong. Jungs, es gibt mal Gas. Ja. So ist doch schön. So würde eigentlich auch reichen. Von der Anzahl her. Haben genau einen zu viel, oder? Ja, genau. Schön, das lief. Schaffen wir das noch? Äh, was? Diet Lemonade? Diet Lemonade? Ach, Diet Lemonade. Oh, 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 komm schon. Ah, ich hatte den Level noch davon, ne? Zack. Okay, ich schätze mal ungefähr hier. Ja. 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 Na komm, na komm, na komm. Ah, guck doch mal. Zwei Pixel. Zwei Pixel, lieber Zuschauer. Das war ein sehr guter erster Versuch. Wenn ich mich mal selbst loben darf, was ich darf und deshalb auch tue. Zup, zup. Ich bereche, dass die Lemmings intern durchnummeriert sind. Zack. Gut. Der Rest kann ruhig hier Gas geben. Splunk. Und das geht, ne? Hm, selbe Spiel noch mal. Genau so war das. Ach, schön. Okay, aber jetzt. Jetzt kriege ich Sinn. Hey mal, du mein Freund. So, das müsste reichen, ne? Jo. Na also. Das geht doch. Da bin ich mal an den Strich orientiert. Da hier in der Wand drin ist. Und dann, ne? Kann man das schon machen. Oh, ich kann einen Mauszeiger gar nicht Pixel genau machen. Ich kann immer nur um zwei Pixel verschieben. Das ist ja seltsam. Na ja. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Und in der nächsten Folge haben wir... It's Lemmingtree Wurzen. Hä? Okay, ist bestimmt auch irgendeine behinderte Anspielung. Ich sollte eigentlich, äh, schniefen und schnaupen, weil die bestimmt voll schlecht ist. Wie die letzte. Na ja. Gut. Bis in der nächsten Folge, lieber Zuschauer.